Naja, heute spielen wir einen einfachen Obby, sagt hier diese Mod. Und wir können hier jumpen, sliden, uns dranhängen. Wir schauen einfach mal, ob wir den Obby in einem Versuch schaffen werden gleich. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hoch, Leute. Also ich denke mal, wir dürfen hier diese roten Balken nicht berühren. Ja, und ihr habt es gerade gesehen, da ist einer schon gestorben. Und ich versuche wirklich in einem Versuch den Obby zu schaffen, okay? Okay, wir gucken aber mal, denn wir haben noch ein paar hilfreiche Tricks hier. Wir haben Geschwindigkeit, die wir uns kaufen können. Das kostet 200. Wir haben Schwerkraftsprung. Das kostet auch 200 Radio. Keine Ahnung, für was ein Radio hier gut sein soll. Regenbogenteppich kostet natürlich 800. Das war mir irgendwie klar. Oh mein Gott, die Treppe geht gleich hier weg. Und wir haben hier so eine Harpune, wo uns ja irgendwo rangreifen können. Okay, jetzt müssen wir warten, Leute, denn die geht gleich weg, die Treppe. Okay, jetzt geht die weg und jetzt müssen wir direkt wieder hoch. Schnell, 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 bevor die Treppe wieder weg geht. Aber ich will wirklich versuchen mal, ohne irgendwas zu kaufen, erstmal hier First Try, das irgendwie zu schaffen. Aber es ist, glaube ich, vielleicht sogar möglich. Und wir haben es. Alter Schwede. Was kommt hier als nächstes? Aha. Sowas kennen wir doch, Leute. Also von sowas lasse ich mich noch nicht beeindrucken. Es geht noch, es geht noch. So, ist jetzt eine Tür richtig und eine Tür falsch, oder was? Oh, das ist ja gemein. Eine Tür ist richtig und eine Tür ist falsch. Aber warte mal, können wir auch den hier machen? Okay, ich habe es jetzt gerade probiert, mal außen rum zu gehen, Leute. Es geht nicht. Ich wollte es nur mal testen, ja. Also, wir wissen einmal, gelb, das zählt jetzt nicht. Grün. Oh, das ist Zufall. Alter, wie soll ich denn das ohne Fehler schaffen? Komm, geh du vor. Nice. Blau. Ich wollte nur testen, ob man außen rum kann. Oh, es ist grün. Oh, wir haben es. Jetzt hier ein bisschen aufpassen. Aber wir sind das Ganze ja schon von einem Deathrun in Fortnite gewöhnt, den ich schon von früher kenne. Ich habe sehr, sehr viele Deathruns gemacht. Aber Roblox ist da ein bisschen anders. Von der Steuerung. Okay, okay. Erst mal gucken, ob die Dinger irgendwie weggehen. Weil die Frau bleibt hier so komisch stehen. Ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie weggehen oder so. Nee, okay, das ist noch einfach hier. Wir können einfach Slalom laufen. Zick, zack, flick, flack, Overduck. Ich glaube hier... Lol, warum geht der denn runter? Was hat denn der jetzt gemacht? Der ist einfach da runtergegangen, ihr Dummerz. So, hier jetzt gibt es ein bisschen weitere Sprünge. Boah, da unten ist der Mond. So, was haben wir hier? Dürfen wir hier nicht auf die roten wahrscheinlich, oder? Wir gucken mal. Ah, das geht auch weg. Okay, verstehe. Wir müssen uns also hier wieder beeilen wie bei den Treppen. Aber das sollte auch kein Problem sein für uns. So, ich habe keinen Plan, was wir hier machen können. Ah, hier Slidedmon. Wui, alles klar. Wow, 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 wow. Langsam. Ich dachte gerade, dass ich rausfliege. So, hier dürfen wir wieder die... Junge, was schuckst du mich? Ich bin gerade fast gestorben wegen dem Typen. Lol, die sind beide einfach gestorben. Jetzt habe ich sie dafür überholt. Und wir sind weiter. Okay, jetzt dürfen wir einfach nicht, glaube ich, mal links und rechts berühren. Mitte passt. Also, ich muss sagen, der Obby macht bis jetzt echt Spaß. Jetzt kommen wir zu den leicht schwierigeren Sachen. Das ist nicht extrem schwer, aber leicht schwer. Auf jeden Fall schwieriger als die anderen. Ja. Okay, hier müssen wir jetzt einfach nur auf die Plattformen springen. Das geht... Also, das geht noch, Leute. Ist gar kein Problem. Ihr wisst es doch. Wir sind eine Profi. Oh, oh, oh. Bestimmt dürfen wir jetzt entscheiden, wie der... Das ist halt Zufall, Leute. Ich würde sagen, Lila stimmt. Okay, grün. Okay, und gelb. Ich weiß jetzt nicht. Also, das zählt jetzt auch nicht als Tod. Ich will nur gucken. Oh, tatsächlich. Die anderen waren falsch. Wir haben First-Spray geschafft hier. Da bin ich stolz drauf. So, hier dürfen wir vielleicht die roten Sachen wieder nicht erwischen. Würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung. Vielleicht auch gar nichts. So, was haben wir hier? Slidet man wieder hier? Nee. Kein Plan. Was ist das jetzt? So, diese Kurve. Schnell, schnell, schnell. Move, move, move. So, hier einfach nicht in die roten Teile wieder. Ey, das könnte ein geisteskranker Lauf werden, ne? Ich glaube, wir dürfen rot berühren hier. Jetzt geht es nach unten. Oh, ist das hier eine Rutschpartie? Let's go! Das war geil. Ich wusste gar nicht, dass wir in Roblox sogar rutschen können. Aber gut. So, was haben wir hier? Ei, hier dürfen wir jetzt die roten Teile wieder nicht erwischen. Die sind jetzt ein bisschen höher platziert. Leicht schwieriger, aber auch kein Problem für uns. Oh, ein bisschen hier das Gleichgewicht halten. Aber das klappt auch richtig gut. Nice. Hier haben wir auch nochmal was mit rot. Ja, also Leute, so langsam habe ich den Dreh hier raus. Beim Obby. Obby, Obby, Obby. Rechts, links, rechts und links und rechts. Oh, der macht richtig Spaß. Also auch wenn er einfach ist, ne? Ein kleiner Fehler ist schon der Tod. Ich glaube, wir müssen hier einfach schnell hoch. Ah, hinten wird's... Hinten geht nämlich die Treppe aus, glaube ich. Und? Ja, das dachte ich mir. Okay. Was macht die denn jetzt? Die bleibt einfach stehen. Okay, müssen wir auch einfach nur rüber gehen. Also wenn ihr solche Obbys feiert, Leute, lasst gerne ein Like da. Das macht gerade unnormal Spaß. So, oh. Ist jetzt eine Seite immer falsch? Ne, ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Beide Seiten sind richtig. Ich dachte jetzt halt wieder, eine Seite wäre irgendwie falsch oder so. Oh, das ist... Da muss er ein bisschen besser einschätzen jetzt. Aber ist auch kein Problem. Sehr schön. Diesmal in Grau. Man sieht das Rote... Doch, noch ganz gut. Hey, hey. Junge, Leute. Ey, zeigt euch, wie es ist. Wir sind echt gut unterwegs. Oh, jetzt gibt es hier eine Drehpartie. Das ist ein bisschen komisch. So wirbt mich ein bisschen. Aber... Haben wir auch. Okay, zack. Einmal hier auf die Pommes drauf. Schaut euch mal vor, solche Pommes, Leute. Einfach so viereckige Pommes. Wie lustig das wäre. Ich bin so gespannt, was am Ende vom Obby kommt, Leute. Boah, das ist ein bisschen länger. Schade, dass wir nicht so ein bisschen schneller rennen können. Das wäre echt noch cool gewesen. Wir brauchen eigentlich die Sachen gar nicht, diese 4 RP. Ich dachte jetzt irgendwie... Aber es macht so schon genug Spaß. Oh nein, gelb. Was? Gelb? Nein. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Ich hätte jetzt halt gedacht, komm, zweimal gelb. Aber es ist einmal links. Einmal rechts. Mal gucken, ob die vorgeht. Ja, sie geht vor. Einmal lila. Oh, ich liebe sowas, ne? So bunte Röhren. Als nächstes... Das geht bestimmt wieder weg. Ja, ja, ja. Oh, du musst dich beeilen. So, wir können jetzt auch, glaube ich, gehen. Auf geht's, auf geht's. Schnell, schnell, schnell. Vielleicht können wir hier eine kleine Abkürzung nehmen. Okay. Puh. Ey. Die blockt uns. Junge. Ey, die überholen wir jetzt, okay? Wir machen jetzt Race gegen die, Leute. Die überholen wir jetzt. Ey, das ist so eine Assi-Braut. Wir machen Race gegen die. Ah, okay. Die will wirklich Race. Ich bin runtergefallen. Nein, das erste Mal richtig. Ich bin das erste Mal runtergefallen. Nein. Ey, du Dummbatz. Ich komme jetzt. Okay, Leute. Die will Race auf jeden Fall. Die ist aber gut im Obby. Junge, die hat uns geblockt. Was blockt die uns? Geh weg, Mann. Ich warte aber nicht auf die. Kann die vergessen, ey. Ja, das ist einfach. Also, die hat's. So. Ey, ist das nicht wieder der Anfang vom Obby? Hab ich den Obby durch? Ich glaube, wir haben ihn durch, oder? Haben wir denn durch, den Obby? Nein, ich dachte gerade schon. Das war nur die gleiche Treppe. Wir sind aber immer weiter oben. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Außer ich bin blöd. Guck mal, die ist echt noch immer... Nee, 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 das ist neu. Junge, die ist echt nicht schlecht, ne, Leute? Wir wollen besser als die sein. Bleibt die ganze Zeit auch hinter uns. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall neu hier. Das ist eigentlich das Gleiche wie vorhin. Nur halt mit Stängele. Mit kleinen Chupa Chups. Das ist ja auch easy hier. Am Ende sterbe ich. Oh, ich glaube, da vorne ist das Ziel. Wir sind bald beim Ziel. Nur noch ein bisschen laufen. Ein bisschen die Schuhe. In die Schuhe stapfen. Ich glaube, das Weiße dürfen wir nicht berühren. Würde ich jetzt mal sagen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das Weiße berühren dürfen. Ich mach's jetzt einfach mal nicht. Ja, wo ist denn die jetzt? Ist die noch immer hinter uns? Ja, da hinten. Oh, was ist richtig? Alles ist richtig. Sag ich doch. Chupa Chups. Lollipops. Chupa Chups. Also jetzt hab ich den Dreh raus in Roblox. Die man hier springen soll. Ja, guck. Ich wusste es. Ich wusste es. Wir dürfen die weißen Teile nicht berühren. Ja, es war mir so klar. Ich wollte es jetzt mal probieren, um zu gucken, ob es auch mit den weißen Teilen geht. Einfach nur. Oh, was ist denn das, Digga? Alter, hat mich das verwirrt grad. Ich dachte grad, wie sollen wir das denn hier schaffen? Boah. Okay. Boah, das ist auch cool. Wir haben's gleich geschafft, Kerle. Haben wir gleich den Obby? Das könnte sein, Leute. Ich glaub, das ist das Ziel hier. Also die war echt gut, die womit mir den Obby gemacht hat. Haben wir's geschafft? Wir haben's, Leute. Oder? Oh, nein. Guck mal, hier gibt's Limited Merch. Hier gibt's sogar Pads. Zweimal Geschwindigkeit. Guck mal, hier gibt's einmal hier so Lenkybox und so. So Pads, aber brauchen wir nicht. Ich würd's sagen, ich nehm hier mal Lila. Oder ist das Rosa? Das ist Rosa. Was für Lila. Ist einfach Farbenblindkraft geworden im Obby. Also es geht hier doch noch weiter. Geil, Mann. Ja. Okay. Junge, guck mal. Guck mal, wir pacen hier durch. Jetzt haben wir's. Aber jetzt haben wir's. Boah, hätte ich jetzt Lust auf einen Donut, gell? Donut steht da. So, die weißen Teile wieder nicht berühren. Und Leute. Oh. Meine Ferse ist kaputt. Eins, zwei, drei und vier. So. Was steht denn hier jetzt? Sprinkles. Sprinkles Atlanta. Oder was steht da? Sprinkles all the way bestimmt. Sprinkles all the way. Also Sprinkles sind diese bunten Teile, die immer auf Donuts und so drauf kommen. Hier diese grün, blau. Ich glaub, ihr wisst, was ich mein. So, was haben wir hier? Ja, das ist easy, das ist easy. Das ist easy, Leute. So, guck einfach, hier stehen geblieben. Hier haben wir jetzt, was sind denn das? Sind das Donuts? Das sind aus eher wie quadratische Donuts. Das hab ich noch nie davor gesehen. So, ich glaub, hier dürfen wir einfach nicht die Wände berühren, würde ich jetzt behaupten. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich glaub, das geht jetzt wieder weg hinter uns. Ich glaub, da vorne ist das Ziel vom Obby. Boah, das erinnert mich irgendwie an Pokémon. Ich weiß nicht hier. Dieser Donut, dieser grün. Farbige. Oh, nice. Wir haben's gleich. Komm schon, komm schon. Durch die ganzen Donuts vibriert schon mein Bauch. Okay. Sehr schön. So, sehr, sehr schön. Geht das auch wieder weg? Ja, hier müssen wir uns wieder ein bisschen beeilen. Oh, jetzt müssen wir hier so einen kleinen Tower noch hochgehen. Wir schauen mal, wie gut wir jetzt beim Tower sind. Eigentlich auch kein Problem. Der Tower ist ja relativ easy. Müssten wir in First Try schaffen. Ja. Okay. Sehr schön. Zack. Und wir haben's. So. Jetzt geht's wieder runter, oder was? Und dann? Okay, hier kann man ganz normal runtergehen. Und ich glaub, ey, warte mal. Ist da vorne tatsächlich das Gleiche wie beim Ziel grad eben? Dass man wieder so Merch kaufen kann und so? Lanky Box? Oder führt das zu einem anderen Ziel? Sieht auf jeden Fall so aus. Wir sind ja gleich da. Wir gucken gleich mal. Okay. Schön bunt, der Orbi. Ah, der ist richtig schön gemacht. Der gefällt mir. Auch schön einfach. Man muss nicht immer hier die schwierigen Sachen machen. Bisschen satisfying. Bisschen Spaß haben einfach. Ihr wisst, wie's läuft. Okay. Jetzt hier. Und die Leiter hoch. Alter, was ist das für eine riesen Leiter? Sieht aus, als ob das die Leiter zum Himmel wäre. Und mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Aha. Hier geht's wieder weiter. Junge, wo führt das uns alles hin? Ich muss jetzt so lange spielen, bis ich auf jeden Fall das Ziel erreiche. Das ist unsichtbar. Boah, ich dachte grad. So, die Dinger sind halt echt easy hier. Uh. Ich hoffe, dass wir über diese... So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich hoffe, dass wir über diese anderen Sachen kommen. Über diese kleinen Mauern, weil... Schaut mal, die sehen so ein bisschen hoch aus. Das könnte sein... Ah, okay. Ich dachte, wir müssen drüber springen. Wir können einfach links und rechts. Das ist auch wieder... This is too easy hier. Uh. Chocolat. Chocolat. Oh, Crepe mit Schokolade jetzt. Crepe mit Nutella, Leute. Crepe mit Nutella. Oder Zucker Zimt. Ich nehm immer beides. Wenn ich beim Crepe stand bin, immer Nutella und Zucker Zimt. Ich glaub, niemand sagt Zucker Zimt. Nur ich sag Zucker Zimt. Sonst heißt es Zimt Zucker. Stimmt, Crepe mit Zucker Zimt. Ich glaub, ich bin der Einzige, der das so sagt. Ich glaub, sonst sagt jeder Zimt Zucker. Naja. Okay. Aber jetzt haben wir's, glaub ich, oder? Junge, wie weit geht dieser Obby? Wie riesig ist dieser Obby? Obby, Obby, Obby. Obby, Obby. Ich hab Obby, Obby. So, jetzt hier nochmal. Am Anfang dachte ich so, okay. Fünf Minuten. Ich muss zwei Obbys machen für die Aufnahme. Aber nein. Wir sind jetzt fast schon gute 20 Minuten in der Aufnahme. Und hier ist wieder eine Leiter, die wahrscheinlich weg geht. Schnell, Digi. Schnell, Digi. Schnell, Digi. Auf geht's. Auf geht's. Alter, die Treppe, Digi. Die ist ja unendlich. Geht die überhaupt weg, die Treppe? Ich glaub schon, ne? Die ging weg, oder? Ja, guck, die ging weg. Und wir sind am Ziel jetzt, oder? Die rote Treppe. Woohoo. Congratulations. You won, Leute. Wir haben's geschafft. Das war hier der Obby. Der war richtig cool. Wenn ihr den gleichen Obby spielen wollt, schaut einfach in der Beschreibung. Dort ist auf jeden Fall das Spiel verlinkt. Wenn's euch gefallen hat, lasst den Like da. Ich bin raus. Bis dann. Und ciao, ciao.